Das haben wir auch noch nicht gehabt. Ich hab früher mal einen Fastnacht-Film gemacht, so mit der alten Kamera, so 90er. Jetzt haben wir, wo ist dein HD? Das ist das, was die Kamera am besten kann. Bilder machen, mäßig, aber Filmen ist ja gut eigentlich. Film ist besser als Kuhler. Ich finde, Bilder, das ist wirklich mit der Empfindlichkeit, das ist dann Rauschen und Körnig und so, weißt du, Blitzaufnahme, das ist alles nicht. Durch Schleselänie, durch Schleselänie, ja, guck mal, das ist eine schöne Szene. Oh, da hinten. Mini-Wurst. Auch ein Wurst zeichnet sich nicht mit gelüfteter Schäme, oder? Wie ist das? Eigentlich nicht, oder? Doch, der Wurstvater hätte schon immer so Schäme gelüftet. Er darf das. Er darf das, oder? Ist das besser oben da, damit die Kinder nicht werfen? Was heißt, besser oben nicht werfen, oder? Für uns ist das ein� söyled acept trzein. Da unten Beaunig called fürех lauschen Aufstellung. Genau, ja. Zpflicht, da unten, fällt dann ein ständig aufstehen. Einmal, sei skulle. Du bist wohl schön. Ist dasブズvater! Nur ich hatte da Unte bekommen. Zurück, bin ich einНАV? Das ist gut, oder? Das ist gut, oder?